Hi und willkommen bei Anadog. Ich bin Roman, ein Anästhesist und heute geht es um, oh das sind meine Chips, Dope. Also wenn ihr hier seid für Gras oder Bezugsquellen, dafür kann ich euch vielleicht was vermitteln auf dem Kölner Neumarkt. Also geht auf dem Neumarkt und fragt mal rum, ansonsten ist es halt vielleicht auch ein Zivilpolizist. Aber wenn es um Beatmung geht, dann seid ihr genau richtig hier. Es geht um DOPES. DOPES ist ein tolles Akronym, es klingt völlig verboten, aber deshalb kann man sich das halt so gut merken. Und genau, es geht um Beatmungsprobleme und wie man an diese Beatmungsprobleme herangeht. DOPES steht für Deslokation, Obstruktion, Pneumotorax, Equipment, Stomach. Und wenn man das einmal durchgearbeitet hat, von vorne bis hinten, ich habe ja auch schon mal ein Video gemacht zum Thema strukturiertes Vorgehen, dann ist man eigentlich durch und dann sollte man das Problem gefunden haben. Also bei den Beatmungsproblemen, die ich bisher so hatte, die ja schon mal ab und zu auftreten, hat eins von den Dingern eigentlich immer zugetroffen. Von daher total sinnvoll. Ich muss einmal ganz kurz schauen, weil der Bund Deutscher Anästhesisten hat es nämlich in seiner Handlungsempfehlung für das präklinische Atemwegsmanagement auch drin. Also es ist nicht ganz verkehrt. Ich meine, es gibt ja viele Akronyme, aber das ist auf jeden Fall total sinnvoll. Und es ist nicht nur präklinisches Atemwegsmanagement, auch innerklinisch ist genau das Gleiche. Also wenn wir auf einmal das Problem haben, dass wir eine laufende Beatmung haben und der Patient kriegt keine Luft mehr rein, es funktioniert nicht, im Leben nicht funktioniert das nicht. Und wir nehmen den Patienten auf die Hand, also Beutel mit der Hand und merken, oh, das geht irgendwie überhaupt gar nicht, da kommt keine Luft in den Patienten rein. Dann kann das an verschiedenen Dingen liegen. Und Stichwort Prüfung, ja, also wenn man halt genau so einen Fall geprüft wird und die Prüfer wollen ja vielleicht auf irgendeine Art von Krankheitsbild hinaus oder so, fängt es meistens ja ganz allgemein an, ah, sie haben ein Beatmungsproblem, was machen sie denn? Und das allererste, was wir natürlich jetzt machen werden, wir werden auf Dislokation prüfen, sprich wir gehen einmal von vorne nach hinten, einmal an einem Kreisteil entlang, alle Schläuche oder alle Schläuche und Verbindungen ab, die da an Steckverbindungen sind. Im OP und beim Beatmungsgerät ist es ja halt so, dass einfach viele Steckverbinder sind, die auch einfach mal abfliegen können oder also irgendwie ein Ventil, was nicht richtig festgeschraubt ist, was einfach abgeflogen ist, Wasser im Beatmungssystem und dann so Probleme halt. Kann natürlich auch sein, dass der böse, böse Operateur unterm Tuch einmal mit seinem Ellenbogen da unseren Tubus diskonnektiert hat, alles schon passiert. Das heißt, wir gehen einfach von vorne bis hinten durch und gucken, ob etwas disloziert ist oder diskonnektiert ist. Sowieso bei Beatmungsproblemen macht es dringend Sinn, den Patienten auf eine Handbeatmung mal zu stellen, um mal zu gucken, wie sich das anfühlt. Wenn wir jetzt von einem Kreisteil einer Beatmung sprechen, könnte es ja sein, dass zum Beispiel der Beatmungsbeutel sich ganz doll füllt mit Druck, also mit Luft und dann halt einen riesen Druck hat. Sprich, wir haben wahrscheinlich irgendwo eine Engstelle oder eine Engstelle halt. Bei einer richtigen Diskonnektion, wo die Luft halt an die Atmosphäre gelangt, würde sich der Ballon gar nicht mehr füllen, dann wäre er leer, weil es ja kein Kreisteil mehr ist. Wir haben ja einen Zugang, einen kompletten freien Zugang an die Atmosphäre. Genau. Sprich, der Tubus kann natürlich auch rausgerutscht sein aus der Trachea, dass man halt eben dann zurückfallen muss auf Beutelmaskenbeatmung und vielleicht wieder reintubieren, wenn man dann das braucht oder halt eben eine Larynxmaske wieder schieben muss oder so Geschichten. Es kann ja sein, auch ganz häufig, dass man einen Patienten in Narkose versetzt, eine Larynxmaske reingeschoben hat und alles ist super. Der Patient schläft. Viertelstunde später kommen die Operatöre, setzen einen Schmerzreiz. Der Patient wird halt kurz ein bisschen gestresst, spannt im Schlund dagegen und die Larynxmaske disloziert gerade so viel im Rachen intendrin, dass halt keine Luft mehr richtig, also nicht mehr ordentlich Luft reingeht. Dann aber rausziehen, wieder reinschieben und gut, okay. So, Obstruktion wäre der nächste Punkt. Sprich, wir haben eine Verlegung des Tubus. Das kann, oder des Beatmungsgeräts, Devices, wie man das auch nennen will. Ja, also das kann halt zum einen sein, Wasser im Gerät. Das sieht man meistens an diesen Oszillationen in der Beatmungskurve, also eigentlich CO2 und auch im Beatmungsdruck. Auf der anderen Seite halt eben ganz klassisch, der Tubus ist abgeknickt. Ja, also sprich, auch dieser Tubus kann schon mal abknicken. Dann geht halt keine Luft mehr durch. Bei Kindern oder auch bei Pneumonikern oder so etwas oder auch auf der Intensivstation gibt es das häufiger ja auch, Beatmungsprobleme und man weiß gar nicht, woran es genau liegt, dann einmal einen Absaugkatheter reinhalten und gucken, ob man vielleicht sekret aus dem Tubus heraussaugen kann. Ich meine, wenn halt, wenn da etwas verlegt oder nur so teilverlegt, den Tubus, im Tubus drin ist, dann kann da natürlich auch keine Luft fließen. Wenn man mal überlegt, so ein 7-0er-Tubus oder so ist jetzt auch nicht die Größe, also die Größe, die die Welt ausmacht, sodass man da natürlich gucken muss, dass da freie Bahn ist, freie Luft für freie Bürger oder wie man das auch nennen will. P ist der Pneumothorax. Sowieso, wenn ich ein Beatmungsproblem habe, das Erste, was man ja meistens macht, ist, man guckt nach dem, nach, nach diskonnektierten Tuben, man guckt nach dem Pulsoxysensor zugegeben. Aber natürlich macht es auch Sinn, zeitnah mal auf die Lunge zu hören mit einem Stethoskop. Also man nimmt den Patienten auf die Hand und hört mal auf die Lunge drauf, wie sie klingt. Klingt da überhaupt ein Atemgeräusch? Wenn ja, wie klingt es? Ist es brodelig? Ist es vielleicht spastisch? Und dann kann man ja entsprechende Maßnahmen ergreifen, also Lungenedem oder eben auch Spastik behandeln. Oder eben, oh, da ist gar kein Beatmungsgeräusch. Das hat ja dann wieder so Geschichten wie, zur Folge wie, ja, vielleicht doch eine Dislokation, vielleicht doch eine Obstruktion, so etwas. Also das auf die Lunge hören, macht auch total Sinn. Das steht jetzt im DOPS-Akronym nicht direkt drin. Aber wenn ich jetzt alles andere ausgeschlossen habe und ich höre trotzdem bei manueller Beatmung auf dem Thorax nichts, dann kann das auch ein Pneumothorax sein, der auch behandelt werden muss. Je nachdem natürlich, was man für einen Patienten davor sich hat, ist das halt mehr oder weniger wahrscheinlich. Und zur weiteren Diagnostik, je nachdem, wie schlimm es ist, natürlich Ultraschall, Röntgen oder eben im Zweifel auch direkt eine Notentlastung. Bevor man in den Patienten pikst, sollte man aber natürlich sich schon ziemlich sicher sein, dass das wirklich ein Pneumothorax ist, weil meistens, also in den allermeisten Fällen, die jetzt kein Traumapatient sind, ist es jetzt dann doch nicht so häufig, muss man auch ganz ehrlich sagen. Aber auf jeden Fall dran denken, macht Sinn. Wie gesagt, beim Traumapatienten ist ein Pneumothorax sowieso nach Beatmung etwas, was höher wahrscheinlich ist, bei allen anderen Patienten eher nicht so, aber kann natürlich sein, Stichwort COPD-Lamitnambula, die platzt. Also gerade bei so Langzeitbeatmung mit ARDS und sowas, möglich. Auf jeden Fall dran denken, nicht vergessen. Aber bevor man reinpickt, immer sich sicher sein oder möglichst viel Sicherheit schaffen, bevor man sich einfach reinpickt. Bitte, bitte. Nicht, da hat der Onkel Doktor von YouTube was erzählt. Ich steche jetzt in jeden Patienten rein. Das hätte ich bitte nicht gerne. Genau, dann Equipmentversagen E. Das heißt, also natürlich kann es sein, dass unser Pulsoxysensor halt im Eimer ist. Das kann sein, dass unser Narkosegerät abgeraucht ist. Also Strichwort, ich habe mal ein Beatmungsgerät benutzt für eine Narkose. Wunderbar, alles eingeleitet. Patient schläft, wird beatmet, alles gut. Ich drehe mich zur Seite, schreibe mein Narkose-Protokoll auf einmal, höre ich meinen Oberarzt hinter mir, der sagt, Ewert, wollen Sie nicht mal die Beatmung einstellen? Und ich so, habe ich doch. Guck hoch. Nur Fehlermeldung auf dem Display des Beatmungsgerätes. Nichts geht mehr. Aber die Backup-Handbeatmung hat Gott sei Dank funktioniert. Da war tatsächlich die Platine durchgeraucht nach, keine Ahnung, 15 Jahren Dauergebrauch. Passiert schon mal. Man muss sich halt nur zu helfen wissen. Und übrigens, aus solchen Gründen ist auch ein Beatmungsbeutel Teil der Ausstattung solch eines Anästhesie-Arbeitsplatzes trotz Narkosegerät. Ja, das ist Standard. Das gehört dahin. Aus solchen Gründen. Ähm, genau. Dann, äh, Equipment-Versagen. Genau. Es kann natürlich auch sein, dass andere Geräte ausfallen, die wir brauchen für die Beatmung oder die Absaugung oder, ja, keine Ahnung, Equipment ist Equipment. Es ist Stomach, ne, das wäre halt eben die, äh, Fehlintubation in den Magen. Das ist, ja, äh, relativ selbstverständlich, denke ich, ne. Ähm, da kann ja keine Beatmung stattfinden, außer, dass der Magen-Ballon sich dann irgendwann abhebt von der Unterlage. Ähm. Äh, äh, ein Stichwort an dieser Stelle noch, oder ein Wort an dieser Stelle noch zum Thema Auskultation. Äh, ich hab mal in einem Vorgarten bei Dunkelheit, äh, einen Patienten intubiert und ich war mir 100% sicher, dass ich richtig war. Trotz der schweren Umstände. Es war nämlich eigentlich nicht so schwer, dachte ich. Äh, und beim Auskultieren hatte ich halt rechtsapical ein, äh, ein Atemgeräusch. Äh, über dem Epigastrium ein Atemgeräusch. Aber links-Torakal zum Beispiel gar kein Geräusch. Und ich hätte jetzt erwartet, dass ich halt, keine Ahnung, äh, auf beiden Seiten in der Lunge ein Atemgeräusch habe, aber im Magen nicht, ne. Merkwürdig, komisch. Es hat aber auch nicht klassischerweise, also wie man so erwarten würde, bei einer fehlenden Intubation geblubbert über dem Magen, ne. Also es hat halt einfach nur so ein, hat sich angehört wie so ein Luftballon, der aufgepustet wird. Naja gut, so ein richtig klassisches Atemgeräusch war es nicht, zugegeben. Ähm, hat alles irgendwie nicht so richtig geklappt, war mir nicht so koscher. Ich hab den Tubus rausgezogen, hab ihn durch den Larynx-Tubus ersetzt und siehe da, Atemgeräusch auf beiden Lungen, nichts mehr über dem Magen. Und, äh, damit, äh, war der Patient dann beatmet. Und dann kam sein Kreislauf tatsächlich auch wieder, ja. Ähm, das heißt, also die Auskultation, die wir natürlich machen, ja, über den Magen erst und dann über Apikal und dann Basallunge, mh, die ist ein Baustein, um nachzuweisen, ob wir vielleicht richtig liegen, gerade präklinisch unter schweren Bedingungen. Sie ist aber nicht das alleinige Kriterium. Wenn wir CO2 bekommen, ist es gut, also regelmäßig und gutes CO2 bekommen. Wenn wir keins bekommen, sollten wir an unserem Tubus oder an unserer Beatmung zweifeln. Äh, also Kapnographie ist sowieso ein Ding, das man immer benutzen sollte, äh, mittlerweile, äh, vorgeschrieben von allen, ja, sollte man immer benutzen, mh, und wenn man keins kriegt, sollte man zweifeln, ob man überhaupt richtig liegt mit seiner Beatmung da. Äh, äh, genau, also es heißt immer so schön im Englischen, if in doubt, take it out, ne, weil Beutelmaskenbeatmung sollte man halt dann im Zweifel sowieso hinkriegen, mh, auch noch so eine Sache, ja. Ja, das war's, äh, für heute mit dem DOPES-Akronym. Äh, ich hoffe, ich hab euch jetzt nicht hier mit Clickbait in mein Video gezogen und euch völlig uninteressante Dinge erzählt, eigentlich. Ähm, wenn es euch gefallen hat, freue ich mich über Kommentare und so weiter. Ich hab'n Blog und, äh, ein Abo wär auch ganz nett. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.